Hey Leute, wir sind wieder zurück mit einer Reihe einiger erstaunlicher Gadgets für eure Wohnung. Heute haben wir etwas Spezielles für Ironman-Fans. Außerdem haben wir das ultimative Neon-Schild, das du schon immer gebraucht hast. Los geht's! Hier haben wir einen weiteren sehr schönen Deko-Gegenstand. Besonders für diejenigen, die eine Leidenschaft für Flugzeuge haben. Dieser Propeller ist mit einem eigenen kleinen Heißgasmotor ausgestattet. Und weißt du was? Er funktioniert wirklich. Das ist ein 16-Zylinder-Motor, der sich mit bis zu 2000 Umdrehungen pro Minute drehen kann. Fülle einfach die zwei speziellen Behälter mit 95%igen Alkohol. Keine Sorge, der Prozess selbst ist ziemlich einfach und sollte nur eine Minute dauern. Man kann deutlich sehen, wie das Feuer aus den 8 Ausgängen direkt im Edelstahl-Heizrohr austritt. Du kannst das Modell auch drehen, während es läuft, um es aus verschiedenen Winkeln anzuschauen. Du solltest nur den Propeller meiden. Das ganze Modell ist für die Ewigkeit gebaut. Der Propeller selbst besteht aus Edelstahl, während die Holzbasis einen erzklassigen Look und eine hervorragende Haltbarkeit aufweist. Das ist also ein kleines, aber helles Beispiel dafür, was sich in unseren Maschinen befindet. Jeder Playstation-Besitzer erkennst sofort die ikonische Form des Dualshore-Controllers. Aber der hier ist ein bisschen anders. Er ist dieselbe Größe und das gleiche Aussehen ist aber tatsächlich ein Wecker. Jetzt kannst du jeden Tag wie ein spannendes neues Spiel beginnen. Verwende die Tasten, um Uhrzeit, Datum und den Alarm einzustellen, der natürlich so laut ist, dass sogar die Toten geweckt werden. Das Gerät ist mit einem ziemlich großen LCD-Bildschirm ausgestattet. Darüber hinaus ist der Wecker offiziell lizenziert, was ihn zu einem einzigartigen Sammlerstück und zu einem großartigen Geschenk für alle Playstation-Fans macht. Und hier ist ein großartiges Tool für Creator, die mit Foto- und Videoinhalten arbeiten. Mit dieser Lichtröhre erhältst du unter allen Bedingungen perfekte Fotos. Auch ohne professionelles Geschick. Die Röhre bietet auch weiches Umgebungslicht mit 36.000 möglichen Farben. Darüber hinaus bietet die Lampe einen weiten Bereich in Farbtemperaturen. Mit seiner kompakten Größe passt das Licht problemlos in deine Tasche. Dank der eingebauten Magnete kannst du das Rohr problemlos auf vielen Oberflächen montieren. Du kannst auch eine Fernbedienung oder sogar eine App verwenden, um die Beleuchtung anzupassen. Der sehr große Akku ermöglicht eine volle Stunde Betriebszeit bei voller Helligkeit. Das USB-C-Ladekabel sowie eine Tragetasche und ein Sicherheitsband sind im Lieferumfang enthalten. Es ist Zeit, qualitativ hochwertigen Content zu erstellen. Diese Lampe ist viel kompakter, aber nicht weniger nützlich. Sie wiegt nur 45 Gramm, sodass du sie einfach in deiner Hosentasche tragen kannst. Die Lampe unterstützt verschiedene Farben und drei Helligkeitsstufen. Sieben intrigierte Beleuchtungsmodi helfen dir dabei, die besten Fotos zu machen. Es ist leicht zwischen kaltem und warmen Licht hin und her zu wechseln. Die flachen Seiten ermöglichen es, das Gerät in verschiedenen Positionen aufzustellen. Du kannst es aber auch an deine Kamera befestigen. Außerdem ist mit dem Aluminiumrahmen die Haltbarkeit kein Problem mehr. Ein weiteres großartiges Feature ist die Sprachsteuerung. Hier gibt es ähnliche coole Optionen. Es gibt neun Lichteffekte, die sowohl für deine Videos als auch für einige laute Partys geeignet sind. Mit der App kannst du auch deine eigenen Effekte erstellen. Die Farbtemperaturen sind ebenfalls beeindruckend. Ausgestattet mit einem Typ C-Anschluss ist es die erste Lampe, welche das Schnellladen unterstützt. Die Lampe ist aufgrund der eingebauten Magnete einfach zu montieren. Oh, und du kannst entweder ein 4-Lampen-Reise-Kit oder ein 12-Lampen-Produktions-Kit kaufen. Jedes der Lichter wird mit einer Hartschale für eine bequeme Aufladung und besseren Schutz geliefert. Mit einer von diesen Lampen kannst du einfach nichts falsch machen. Wie dieses unglaubliche Gerät ermöglicht es jedem modernen Städter, sich der Natur etwas näher zu fühlen. Er vereint einen kleinen Garten und ein Aquarium in einem einzigen Ökosystem. Die nährstoffreichen Fischabfälle werden nach oben gepumpt und dienen als natürlicher Dünger für die Pflanzen. Das bedeutet, dass das Aquarium nicht gereinigt werden muss. Genial, oder? Das Paket enthält alles, was man braucht. Mikrogrüne Samen, Wachstumssteine, Fischfutter und eine Starterpumpe. Man kann einfach experimentieren und verschiedene Pflanzen oder Blumen anpflanzen. Gieße das Wasser in den Tank, platziere den Fisch im Wasser und pflanze die Samen. Das war's. Die Box ist nicht sehr groß. Sie passt also problemlos auf den Schreibtisch oder das Fensterbrett. Der Wassergarten ist perfekt, um Kindern einige Strukturen der Natur zu erklären. Es ist wie in deiner eigenen kleinen Welt, die in perfekter Harmonie lebt. Vergess aber nicht, den Fisch zu füttern. Neonschilder sind eine großartige Dekoration für dein Zimmer. Es bietet sowohl ein atemberaubendes Aussehen, als auch eine klare Aussage, die jeder sofort verstehen wird. Hier hat man auch das gute alte Neon, nicht dieses moderne LED-Zeug. Die Glashörungen sind handgefertigt. Das Schild kann entweder an der Wand hängen oder einfach auf einer ebenen Fläche stehen. Es leuchtet mit weichem, warmen Licht, sodass du es sogar als Nachtlampe verwenden kannst. Oh, und es ist eine Niederspannungsleuchte. Das heißt, sie ist energiesparend und absolut sicher. Es wird über ein einziges Kabel mit Strom versorgt und benötigt keine Batterien. Du kannst sogar ein individuelles Design bestellen. Fast jeder einzelne Prozess in unserem Leben erfordert ein präzises Zeitmanagement, egal ob du dein Frühstück machst oder im Fitnessstudio trainierst. Aus diesem Grund benötigst du einen guten handlichen Timer, den du schnell einrichten stellen kannst. Dieses Gadget kombiniert all das auf sehr kreative Weise. Drehe den Timer einfach um und stelle somit die häufigsten verwendeten Optionen ein. Es stehen sechs voreingestellte Zeiten zur Auswahl. Mit dem kleinen Display kannst du eine bestimmte Zeit auswählen oder die Lautstärke des tickenden Tons einstellen. Wenn er tagsüber benötigt wird, kann er automatisch mit der Stimme aktiviert werden. Die blinkenden Zahlen und eine Vibrationserinnerung erinnern dich daran, dass die Zeit knapp wird. Wie du siehst, ist dein Handy-Timer nicht ganz so effizient und einfach zu bedienen. Dank der verbauten Magnete kannst du das Gerät auch an deinen Kühlschrank oder einer anderen Metalloberfläche befestigen. Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumligierung. Es ist super elegant und gleichzeitig langlebig. Das ist wirklich nützlich. Vulkanausbrüche sind großartig, aber gefährlich. Es sei denn, es ist dieses atemberaubende Modell, das absolut sicher ist. Es ist eine Aquarium-Deko, die den Ausbruch mit Blasen imitiert. Das drehbare rote LED-Licht lässt die Blasen wie eine Flamme aussehen. Du musst das Gerät nur an eine Luftpumpe anschließen, dann funktioniert es. Das 1,3 Meter lange Netzkabel ist im Lieferumfang enthalten. Der Vulkan ist für jede Tankgröße von 20 bis 210 Liter geeignet. Er besteht vollständig aus ungiftigem Harz. Dank der hochwertigen Bemalung sieht er so realistisch aus. Und hier ist ein super Premium-Gadget, mit dem du deinen Lieblings-Superhelden feiern kannst. Es ist eine unglaublich detaillierte Ironman-Büste im Maßstab 1 zu 1. Die Augen unter Kühler leuchten dank der eingebauten LEDs. Darüber hinaus verfügt die Büste über einen schönen transparenten Ständer, auf dem ein Namensschild befestigt ist. Die Büste ist jedoch nicht nur ein schicker Deko-Gegenstand, sondern auch ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher. Er liefert eine Ausgangsleistung von 15 Watt und verfügt über einen großen Subwoofer, der wirklich tiefe Bässe liefert. Es gibt zwei Anschlussmöglichkeiten für alle deine Geräte. Sowohl Bluetooth als auch der Anschluss über einen AUX-Stecker ist möglich. Wie du sehen kannst, ist das Modell ziemlich groß und wiegt 15 Kilo. Nun, du musst etwas Platz in deinem Zimmer freimachen. Eine kompaktere Lösung ist dieser Bumblebee-Lautsprecher. Durch sein Design ist er einfach zu tragen und besitzt 3 Watt Ausgangsleistung. Dieser Lautsprecher unterstützt auch Bluetooth 5.0. Die beleuchteten Augen sehen toll aus. Du solltest dir unbedingt auch diese Iron Man Tischlampe ansehen. Die Lampe ist eine großartige Ergänzung zur Büste. Sie ist ca. 40 cm groß, 20 cm lang und 15 cm breit. Der Winkel sowie die Helligkeit sind leicht einstellbar. Die Lampe verwendet doppelte Wärmeableitung für maximale Sicherheit und Haltbarkeit. Sie erzeugt weiches Licht, das seine Augen in keiner Weise schädigt. Darüber hinaus kannst du die Lampe als Netzteil mit zwei integrierten USB-Anschlüssen verwenden. Es stehen zwei Farboptionen zur Auswahl. Das ikonische Rot und Silber. Mit all diesen Iron Man Accessoires kannst du wirklich den ganzen Körper zusammenbringen.